Wer klappt schneller zusammen? Die Brücken, die Ampel oder das ganze Land? Willkommen bei Tichys Einblick. Der Einsturz der Dresdner Carola-Brücke ist wie ein krachendes Symbol für den Zusammenbruch Deutschlands. Drei Jahre, das ist eigentlich eine kurze Zeit. Und in dieser kurzen Zeit hat es die Ampel geschafft, Deutschland in seinen Grundfesten zu erschüttern. Denn dieses Land wankt in seinen Grundfesten. Also zugegeben, Angela Merkel hat schon wirklich gute Vorarbeit geleistet. Insofern vollendet die Ampel, was die CDU-geführte Vorgängerregierung begonnen hat und wofür zuletzt Angela Merkel vom bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder noch den bayerischen Verdienstorden erhalten hat. Wir wollen also die eigentliche Ursache, die eigentliche Verursacherin der Malaise nicht verleugnen. Aber in den Grundfesten ist Deutschland erschüttert, weil die Massenmigration das Land schlicht überfordert. Da mag Annalena Baerbock noch so stolz behaupten, dass es noch irgendwo den einen oder anderen freien Platz in einem Aufnahmezentrum gibt. Wer wie sie durch die Welt schettet am Strand von Fidschi im Wasser platscht und die Temperatur des Ozeans prüft, der hat den Bezug zur Wirklichkeit komplett verloren. Der nimmt die Lebenswirklichkeit der Menschen in diesem Land nicht mehr wahr. Ach so, 4.000 Brücken sind einsturzgefährdet? Da kann man ja ohne weiteres 20 Milliarden für die Stromversorgung in Südafrika spendieren. Wir haben es ja. Die Frage ist nur, wie lange haben wir es noch, wenn das Land verfällt wie kaputte Brücken? Der VW-Konzern wird wohl zwei Werke schließen. Dann sind eine große Zahl, eine fünfstellige Zahl von Arbeitsplätzen, zum Teil in strukturschwachen Regionen, verloren. Beim letzten nennenswerten Stahlkonzern ThyssenKrupp kann jeden Tag der Ofen ausgehen. Schnell wurden noch zwei Milliarden aus der Steuerkasse für die Herstellung von grünem Stahl dort verschenkt. Dieser Stahl wird grasgrün sein. Nämlich kein Stahl, sondern grüne Wiese, wo früher ein Hochofen stand. Mit der Meierwerft in Papenburg versinkt die letzte namhafte deutsche Werft. Sie wird künstlich noch mit ein bisschen Steuergeld am Leben erhalten. Der Waschmaschinenhersteller Miele kämpft gegen die AfD und verlegt sein Werk nach Polen. Immerhin. Die Gummo-Industrie-Verschwindetreifen werden in Deutschland nicht mehr hergestellt. Das sind die großen Namen. Die vielen kleinen Namen kennt man nicht. Und doch gehen mit ihnen Jobs von Tausenden zu Ende. Und Know-how geht verloren. Aufkäufer aus Indien und China machen die Runde. Sie kaufen Werke auf, bauen ab und bauen sie woanders wieder auf. Was futsch ist, ist futsch. Weg ist der Job. Winter Chaldea, ein wichtiger Rohstoff- und Energieversorger, wurde von der BASF gerade an einen britischen Konkurrenten verkauft. 500 Mitarbeiter in Kassel verlieren ihren Job. Zwei dürfen für Aufräumarbeiten zurückbleiben. Das ist der Industriestandort Deutschland heute. Rund 7,2 Millionen Menschen arbeiten in der Industrie. Fast eineinhalb Millionen ihrer Jobs sind gefährdet, sagt der Bundesverband der Deutschen Industrie. Nun gut, das ist der Bundesverband der Deutschen Industrie. Ja, der Industrieverband. Vom Deutschen Gewerkschaftsbund hört man dazu nichts. Der Deutsche Gewerkschaftsbund ist mit dem Kampf gegen Rechts beschäftigt und nicht mit dem Kampf um Arbeitsplätze. Die sind der Gewerkschaftsvorsitzenden ziemlich egal. Sie hat ja einen. Klar ist, was weg ist, ist weg. Niemand investiert in einem Land, in dem die Löhne hoch sind, die Infrastruktur verfällt und nur die Papierproduktion für unsinnige Bürokratie wächst und wächst und wächst. Da gibt es bessere Standorte. Wer bestehende Werke wie Deutschland, wie in Deutschland, zu Hunderten vernichtet, erhält sie nie mehr zurück. Niemand investiert in einem Land, in dem die Strompreise Höchstwerte erreichen. Aber schlimmer noch, die Bundesregierung will künftig Industriearbeitsplätze nur noch stundenweise zulassen. Dann nämlich, wenn ausnahmsweise der Wind weht oder die Sonne scheint. Das muss man sich so vorstellen. Die Schicht beginnt um acht, der Strom fällt aus, die Mannschaft geht nach Haus. Oder spielt sie dann Karten? Dann weht der Wind wieder und das Spiel beginnt von Neuem. Weht der Wind noch, bis die Arbeiter wieder am Bann stehen? Oder wie soll das gehen? Die grünen Ideologen nennen es angebotsorientierte Stromnachfrage. Also, es gibt nur noch Strom auf Bezugsschein. Aber wann, das weiß man nicht. Die Bundesnetzagentur unter dem grünen Habeck-Präsidenten Müller bereitet bereits die betreffenden Gesetze vor. Auch die Gasversorgung von Haushalten und Industriekunden soll zerstört werden. Die Gaspreise werden erhöht mit dem Ziel, die Gasnetze, die vielleicht auch vor ihrem Haus liegen, zu zerstören. Der Wert dieser Leitungen unter der Erde ist schwer zu beziffern. Man schätzt so 300 Milliarden. Wir zerstören sie mit ihrem Geld, was nochmal extra kostet. Dafür wird dann die Wärmepumpe eingesetzt. Die wird mit Strom betrieben, den wir bekanntlich nicht haben. Das ist dasselbe Strom, mit dem dann Elektroautos fahren sollen. Elektroautos ohne Strom, denn wir haben keinen Strom. Oder, um Habeck zu persiflieren, Verbrennerautos werden nicht verboten. Sie werden nur nicht mehr zugelassen. Mir ist jedenfalls kein Land bekannt, das seine Infrastruktur und seine Industrie so radikal zerstört wie Deutschland. Nicht einmal Argentinien. Vor 100 Jahren gehörte Argentinien zu den reichsten Ländern der Welt, hatte einen Lebensstandard höher als die USA, so hoch wie damals Westeuropa. Das Land hat durch sozialistische Experimente, durch Partei- und Klientelpolitik ungefähr 100 Jahre gebraucht, um auf der Wohlfahrtsskala der Welt ganz unten zu landen. Deutschland scheint es schneller zu schaffen. Wir brauchen keine 100 Jahre für den Abstieg. Uns reichen schon mal drei. Deutschland scheint entschlossen, diesen Prozess radikal zu verkürzen. Und es könnte klappen. Die Frage ist nur, warum lassen wir das zu? Das Dumme ist, man kann nicht einmal nur Politikern den Vorwurf machen. Wir machen mit. Zu viele machen mit. Es geht die Legende, dass Kaiser Nero erst Rom angezündet hat und dann zu seiner Laute dem Niedergang seiner Hauptstadt zugesehen hat. Nicht unähnlich ist die Situation in Deutschland. Der Bayerische Rundfunk elektrisiert seine Zuhörer und Zuschauer mit punktgenauen Nachrichten darüber, wo die besten Plätze zu finden sind, von denen man aus die Sprengung der Kühltürme des Kernkraftwerks Grafenreinfeld zuschauen kann. In Schutt und Asche lassen die Grünen legen, was Deutschland einst mit sicherer Energie versorgt hat. Mit der Sprengung der Kühltürme des Kernkraftwerks Grafenreinfeld und vorher in Philipsburg soll ein sichtbares Zeichen gesetzt werden. Es gibt keine Rückkehr. Es gibt keine Umkehr. Der Rubikon ist überschritten. Die geforderte Wiederinbetriebnahme der Kernkraftwerke, die eigentlich möglich wäre, ist jetzt zerstört. Wir ergötzen uns an der Vernichtung unserer Energieinfrastruktur. Oder wir warten vereinsamt im gemütlichen Homeoffice auf die Kündigung und stellen dann den Antrag auf Bürgergeld. Notfalls wird dies durch Schulden finanziert. Durch Aufhebung der Schuldenbremse. Dafür kämpfen SPD und Grüne vielen, vielen Dank. Die Grünen und ihre Anhänger in CDU, SPD und FDP wissen, dass sie möglicherweise doch abgewählt werden. Deshalb soll der Weg der Zerstörung unumkehrbar gemacht werden. Kernkraftwerke, die ihre besten Jahre noch vor sich haben, werden genauso zerstört wie teuerste, neuste, modernste, sauberste Kohlekraftwerke. Der Braunkohlebergbau im Rheinland soll mit Rheinwasser geflutet und damit für alle Zeiten die Kohle vernässt und damit unbrauchbar gemacht werden. Wie vorher, kerntechnische Lehrstühle für den Bau von Kernkraftwerken, wird auch die Bergbauakademie stillgelegt. Das Zerstörungswerk soll unumkehrbar werden. Rom verbrennt, Nero klatscht und spielt die Leier. Aber es wäre falsch, nur den Politikern die Schuld zu geben. Einmal Grün, immer tot. Sie kamen ja durch breite Zustimmung an die Macht. Ganz demokratisch, auch wenn sie jetzt diese Macht ganz undemokratisch nicht mehr so gerne loslassen wollen. Eine Bestsellerautorin füllt die Seele mit kauzigen Vorträgen über die Notwendigkeit, Deutschlands Wirtschaft dramatisch schrumpfen zu lassen. Sie isst ehrlich, wenigstens das. Künftig soll es nur noch alles auf Bezugsschein geben. Butterwurst und Marmelade, selbst Trinkwasser nur noch mit einem sogenannten Literschein. Züge dürfen nur noch 100 Kilometer in der Stunde fahren. Naja gut, das wäre sogar ein Fortschritt, gemessen am Chaos der heutigen Bahn. Private Mobilität wird abgeschafft, Wohnraum wird auf 40 Quadratmeter begrenzt und jedes einzelne Zimmer von einer Wohnraumkommission vergeben. Soweit die Forderungen von Ulrike Herrmann. Und das Publikum klatscht. Sie wollen es so. Wollen wir es wirklich so? Ja, wir alle schauen zu, wie das Land verfällt. In Dresden haben die Freien Wähler beantragt, die Stadt möge die Tragfähigkeit der Brücke prüfen. Das war vor gerade drei Monaten. Schließlich hat die Stadt dem soliden DDR-Bauwerk eine Fahrradspur da so dran gebastelt. Offensichtlich, vermutlich, wurde dabei gepfuscht oder die Gesetze der Statik wurden der grünen Politik untergeordnet. Dem grünen Verkehrsstadtrat war jedenfalls die Prüfung der Tragfähigkeit zu teuer und die linke Koalition in Dresden hat die Überprüfung eingestellt und untersagt. Der grüne Stadtrat braucht das Geld für Radwege, die in Rot auf die Straßen gepinselt werden, um den Autoverkehr lahmzulegen. Stillstand ist das grüne Fahren. Und die Freien Wähler in Dresden und anderswo werden als Populisten beschimpft. Darauf gibt es nur eine Antwort. Wenn es so ist, wir brauchen mehr Populisten. Populisten, die die Zuwanderung begrenzen. Populisten, die Vergewaltiger und Mörder nach Hause schicken. statt sie mit 1000 Euro zu belohnen. Populisten, die Brücken checken, statt sie einstürzen zu lassen. Populisten, die Arbeitsplätze retten und die Energieversorgung wiederherstellen, die an den Schulen wieder für Unterricht sorgen und die Kinder nicht unbedingt am Freitag auf der Straße tanzen lassen. Populismus ist kein Schimpfwort, sondern eine Forderung. Es ist eine Forderung, dass wir eine Politik brauchen, die Wohlstand, Sicherheit und Arbeitsplätze für alle schafft. Wir brauchen Politiker, denen es um die Menschen in Deutschland geht, nicht um ihre grüne Ideologie. Und wenn wir die alten Politiker beibehalten, dann wird es Schluss sein mit dem Wohlstand. Und Deutschland verfällt wie eine alte DDR-Brücke, an der ein grüner Stadtrat herumgepfuscht hat. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.